Erledigt tausend Sachen mit einem Sonnenstubenlachen. Christa Rigozzi, 32 Moderatorin, Entertainerin, erfolgreichste Miss Schweiz aller Zeiten und heimliche Weltrekordhalterin. Pro Jahr fährt sie 250-mal durch Gotthard. Sie ist die perfekte Tourismuschefin, sie redet fünf Sprachen fliessend, Deutsch sogar mit einer wunderbaren Accente, die sogar deutsche Touristen zum Schmelzen bringen. Du bist so herzig! Und warum auch noch? Weil ich zielstrebig bin und ein Tier. Ich bin stur, ich will alles besser machen. Sie verkörpert das neue Image der Schweiz. Sexy, weltoffen und trotzdem schweizerisch bescheiden. Ich bin eine ganz normale Frau. Sie analysiert messerscharf und beschreibt das Potenzial unserer Tourismusbranche. Diese Empfindung und nachher noch diesen Geschmack. Sie weiss, es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und sie verkörpert das Wichtigste für das Image des Tourismus Schweiz. Ich bin ein Partygirl. Man muss auch feiern, man muss das Leben geniessen. Sie ist das grosse Schweizer Talent, das wir so lange gesucht haben. Ich bin bereit für diese wichtige Aufgabe. Und jetzt legen wir los. Aufpassen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017